Ich muss mal mehr auf die Zeit achten bei diesem Spiel. Okay, wie viel Spiele sind wir denn? Ziemlich voll. Ich glaube, das meiste sollte ich noch ansammeln können, trotzdem. Keine Ausdruck. Perfekt. Ich kann eigentlich das hier noch futtern. Dann noch die letzten Punkte reinhämmern. So, jetzt sind wir für den Kampf schon mal. Wir halten ja schon mal eine Menge Erfahrungspunkte. Wir könnten tatsächlich jetzt sagen, okay, wir machen unser Kampfzeug erstmal als erstes komplett hoch. Oder wir machen erstmal sammeln als erstes hoch. Ich glaube, sammeln ist schon besser, denn... Dann kriegen wir mehr Ausdauer, kriegen wir das Zeug raus. Müssen wir nicht mehr so lange grinden für alles. Und wir haben deutlich, deutlich, deutlich weniger Zeit, die wir vergeuden müssen auf... Ausgrinden. Na, ich denke mal, die falsche Taste. Äh, F... Na, E, nicht F, E. So. Wer hat es denn? So, dann gehe ich hier noch mal ran. Wir bauen noch mal einen Steinofen. Ein bisschen Holz ran. Steine soll klar genug haben. Zack. Und dann nochmal... Kleinen Hocker. Zack. Also, wenn wir etwas bauen wollen, müssen wir davon alles selber anfertigen. So, dann mache ich hier mal den Glas auf Akkuma. Damit der auch weg ist. Soll ich noch ein Bonnier herkommen? Noch einer. Dann hippen wir das, glaube ich, komplett. Das Kreis sollte man erstmal reichen. Wir können Holz aus Hartholz herstellen. Auch nicht schlicht. Das Tolle ist auch, alle Kisten werden mit einbezogen. Die man hier auf dem Grundstück platziert hat. Das heißt, wenn man was in die Kiste platziert, muss man nicht extra in die Kiste, soweit ich weiß, rennen. Um was an der Werkbank herzustellen. Man tut das einfach... Man hat das einfach schon mit drin. Und kann daraus schon Zeug herstellen. Das ist das Tolle daran. So. Ich stelle mir auch nochmal hier 10 Stück her. Da müssen wir jetzt genug Kupfer haben. Und... Wir können auch sortieren. Das ist auch cool. Das ist auch mal. Ich schmeißen wir jetzt erstmal alles rein, was wir nicht brauchen. Ah, und rechts klingt perfekt. Ich mach's noch rein. Kann ich brauchen. Geht weg. Okay. So. Mission. Ich kann mir immer nur drei Mission anzeigen lassen. Ich mach jetzt mal den Nebenwissen, wie wir sagen. Bevor ich mich um die Hauptmission kümmere. Also diese Hauptmission. Das bringt zwar eine Menge Geld, XP und Erfahrung... Äh, und... Reputation. Aber... Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die Story schneller vorangeht. Und die Story hat auch ein Ende. Das heißt... Ich könnte theoretisch die Story in einem Jahr abfließen. Wenn ich gut bin. Wenn ich es schnell machen will. Aber das will ich ja nicht. Ich will so viel wie möglich mitnehmen. Äh... Ein Übungsschwert wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil ich glaube, die Handschuhe zum Angreifen sind nicht so die Besten. Ne? Ne. Dann würde ich mal sagen, ich stelle mir mein Übungsschwert her. Wir werden auch ein bisschen Monstergrinden machen müssen. Und das hier kann ich dann verkaufen. So... Dann stecken wir noch mal eine Holzkiste her. Und ein bisschen was noch verstauen können. So. Und dann hole ich mir noch ein bisschen Holz. Mit den restlichen Aussagen, die ich noch habe. Und dann guck mal, dass ich einen kleinen Pflanzenkasten schon mal herstellen kann. Denn Anbau ist tatsächlich auch sehr wichtig. Damit kann man verschiedene Ressourcen anbauen, die man gebrauchen kann. Nahrungsmittel zum Beispiel. Oder pflanzliche Sachen. Sind auch sehr wichtig. Und das kann man alles damit machen. Tierkot. Wo kriege ich den? Äh. Ich brauche das Tier wieder dafür töten. Und ich brauche Holzblätter. Alles klar. Das heißt, ich brauche noch mehr Gegenstände. Ich würde auch noch mehr Platz brauchen. Ich würde auch eine Schleifmaschine gebrauchen können dann. Nur einfache Schneidmaschine. So wie Textil. Alles klar. Okay. Dann muss man so. Wir konzentrieren uns mal darauf, zwei Schleifmaschinen halt schon mal herzustellen. Na, damit wir das haben. Die Kupferwaren sind da. Schon. Die Bleibstände können wir schon genug herstellen. Wir sind dann hier. Ich brauche alte Teile, die sollten wir auch schon haben. hoffentlich. Und dann haben wir hoffentlich eins. Okay, wir haben nur ein Schleif des Teils. Das heißt, wir müssen dann noch mal in die Ruinen gehen. Und dann haben wir auch noch nicht drei Stücken. Und dann haben wir gerade andere zwei. Gut. Denn... Ich will noch einen Punkt hier. Das ist die Brücke. Okay. Gut. Dann war es das für die Ansage schon. Ich glaube, man hätten wir alles. Ausdauer habe ich keine mehr. Ich könnte höchstens was essen gehen. Das würde einfach eigentlich funktionieren. Jetzt 2,45 Minuten. Dann könnte ich mein Pesto wieder regenerieren. Und nochmal in die Flächen in die Mine gehen. Wenn wir das jetzt schon machen. Kann ich so abend lassen. Genau. Hm, was füttern wir? Wir machen... Vorspeis. Einwurzsalat. Hauptgericht. Osha Feuereintopfen. Du kannst jetzt ja gar nichts Großes leisten. Ich würde sagen, klassische Baguette mit Hackfleischsoße. Und als Dessert Schokoladenmilch-Shake. Ein Getränk für Apfelsaft. Das sollte gehen. Los geht's. Perfekt. Ich bin nur Spre... heute... Hallo. Es ist schön. Hey. Ich bin kein schlechtes Kuck, aber... Hey. Hey, kannst du deine Glückwunsch in den Spielkornen versuchen? Spiele spielen. Das zeige ich euch irgendwann später mal. Aber jetzt auch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, das Business besser aufzubauen. Ich brauche noch alte Maschinenteile dafür. Und wir haben hier noch ein Gliedernis überlegt gefunden in der Ruine. Da müssen wir mal hingehen. Ich hoffe, die Ausdauer reicht dafür. Wenn nicht, müssen wir nochmal dahin laufen. Ich glaube, es ist ein Tier runtergegangen. Hier und dann hier so, ne? Dann wäre es direkt hier unter uns irgendwo. Ja, da. Das sieht mir aus wie ein Gebäude. Oh, man kann da rein. Okay. Oh. Okay. Das ist meine Mini-Danishes noch. Eine Goldkröte. Oh. Macht das Zeug was wertes? Macht das Zeug was wertes? Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe doch sehr, dass die Sachen ein bisschen was wert sind. Oh. 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 Das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Das realikt. Was haben wir hier? Galampierendes Pferd Teil 4. Jawoll. Oh. 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 Das Spielzeugmonster Teil 2. Na, nice. Wir haben, glaub ich, keine Teile gefunden, oder? Ne, leider nicht. Erstmal müssen wir noch mal rein. Dann noch mal rein. Let雖ой maoglo. Oh, das ist eine gewisse Wien Diving. Das Tolle ist aber, je mehr wir Devlen, desto mehr Accunder haben wir später. Milit vauliert curator. Inja. Und je mehr Deko-Gegenstände wir haben, desto mehr Ausdauer haben wir auch ebenfalls. Das heißt gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt diese goldene Kröte und diesen Hasen gefunden haben, weil ich denke, dass die Deko-Gegenstände, die wir im Haus platzieren können. Und mit denen können wir dann... Das produziert alles wunderbar. Ich möchte es auch nicht auf, sondern tatsächlich. Ich muss das mal machen lassen. Was ist denn, glaube ich, die platzieren kann? Ja, warte, stopp. Das ist ein Reliktteil, wir brauchen den hier. Maximale Ausdauer beim platzieren. Plus 6. Wir platzieren das mal mit dem Zeug hier im Haus. Mach das maximale GB. Okay, ich habe nichts zu platzieren. Ich brauche dafür ein Möbelstück. Okay, schade. Dann schlafen wir erstmal noch runter. Ist ja auch schon spät. Neuer Tag, neues Glück. Oh, es regnet. Forschungsergebnisse. Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Ein einfachen Ofen. Warte mal. Ist das der modernere Ofen schon? Ja, das ist der modernere Ofen schon. Gut, ich brauche aber erst noch die ganzen anderen Sachen dafür, sonst geht es nicht. Okay, die Kuppe brauchen wir noch. Ich kann schon mal das aufsagen, was fertig ist. Ich kann das platzieren, was fertig ist. Das heißt, ich brauche noch die alten Teile. Okay, die trainieren. Der Civil Corps trainiert. Äh, warte seh. Dann ziehen wir erstmal ein bisschen was hier rein. Und dann gehen wir zur Handelsgüter. Da, das behalten wir mal. So. Es wird noch später alles geordneter, keine Sorge. Wovor gefragt, ja. Die haben alle, die haben alle, also wirklich alle, ähm, ein... Irgendein Schirmhut. Ach, ich habe dich gehört. Der Name ist Sanwa. Schön, dich zu treffen, Builder. Tourismus gibt es hier. Ein bisschen mehr Aufregung gibt es auch. So, als Randinfo. Es gibt also eine Menge zu lernen über das Spiel. Kein Ding. Der Handelsauftrag ist abgeschlossen. Ein bisschen Geld und, äh... Rufpunkte für die Werkstatt sind immer gut. Je mehr, desto besser. Bis jetzt habe ich noch keine Nebenaufträge bekommen, also das ist alles... ...bar. Ja, Higgins hat sich schon den besten Auftrag geklaut. Hey! Reigen ist ein Geschenk des Himmels. Was? See you! Reigen ist ein Geschenk des Himmels. Hm... Weiß ich nicht. Ich meine, ich mag Regen, aber... Hm... Ob es ein Geschenk des Himmels ist? Handelsauftrag. Wir brauchen zehn Steifsteiner. Na, die können wir schnell hin. Was sind wir noch? Ja, zwar einfach eine Schneidmaschine für zehn Tagen wird schwierig, weil ich hab noch nicht mal die Teile dafür. Tatsächlich. Hätte ich gern gemacht, aber ja, mir fehlen die Teile dafür. Ach, Faserstoff. Ah, ja, gut. Das hier wäre schon gut gewesen, aber... Wird schwer. Machen wir mal die Schleifsteine. Ich glaub, ich müsste jetzt tatsächlich sogar noch einen Auftrag annehmen können. Äh, wenn nicht, dann... Ist es halt... Dann kann ich das... Ja. Dann kann ich da nichts dagegen machen. Weil ich meine, für die Sägen brauchten wir auch, äh... Alte Teile, ne? Ne, wir brauchten die Kupferklingen. Die können wir auch noch mit den Schleifmaschinen. Das heißt, so oder so, wär ich da ein bisschen der Podulia gewesen. Und solange ich die Schleifmaschine nicht hab. Ich brauch auch selber noch eine Schneidmaschine, deswegen wird das ein bisschen blöd. So. Schleifsteine. Zehn Stück. Können wir hin. Das ist kein Problem. 9, 10. Hergestellt. Fertig. Holzbrett am Tierkot. Kriegen wir erst mit... Die Holzbrett kriegen wir erst mit der Säge. Jetzt müssen wir erst die Schleifmaschine herstellen, damit wir die... Schneidmaschine kriegen. Also wird das alles noch ein bisschen dauern. Aber wir können auf jeden Fall den Auftrag bei Nora schon mal abgeben. Und dann nochmal in die Mine gehen, um zu gucken, dass wir auch die restlichen Teile noch kriegen. Ich würde auf jeden Fall aktiv gegen einen nachher linken Graben. Kein Ding. Also so. Hallo. Dann graben wir mal nach Relikten. Mal schauen, was wir so finden. Wo haben wir hier was? Da. Nach einer Ort und Stelle graben. Die beste Chance, um alte Teile zu finden, ist tatsächlich nach diesen Relikten zu suchen. Entweder findet man dann solche Teile. Mit alten Gegenständen. Oder man findet Kisten, wo auch dann alte Teile drin sind. Oder man findet einfach einen Badminton-Schläger. Der... 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 Zeilen Eindrucksschaden macht. Oh, es sind ein paar Relikte über uns. Klicken wir mal nach oben. Mal schauen. 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 weiter danach wieder nur ungefähr die hälfte der aussage verbrauchen ich brauche noch wieder holz und um der kiste perfekt das rostiges rohr die sachen kann ich zum glück verkaufen bänden schläger aus der rohe und auch die handschuhe die ich dort noch in der werkstatt liegen habe in der kiste noch eine kiste mensch gleich dreimal hintereinander glück gehabt galoppierendes fährt teil 2 also ich werde die sachen über sich zweimal herstellen wie also diese relikt teile ich kann die zweimal herstellen mehr als zweimal herstellen und das würde ich jetzt aktiv nicht mache ich würde immer nur einmal herstellen weil manche sachen davon sind ziemlich riesig also wirklich riesig die passt manchmal nicht aufs grundstück und wird die later zum ausstellen nämlich die ausdauer eine urne und müssen am boden angelangt eine kleine uhr perfekt noch die gegenstand komisches glasgefäß teil 3 komisches glasgefäß teil 1 bis nach oben irgendwie mit zentimeter und das ist bestimmt nicht so weit weg geht auch 16 meter und graben das ist ja nicht so wie bei minecraft wo ich noch was plöcke platzieren kann aber ich kann mir den weg hoch bauen wenn ich mir eine kleine einkerbung machen kann ich mich drauf stellen weiter perfekt und dieses andere relikt war auch hier mal hier da wasser behälter aus porzellan werden definitiv eine menge kisten brauchen ok cool ich habe genug gold um die tabletze freizuschalten das schaltet ganze reiter frei ich habe drei seiten an inventar platz die ich freischalten kann das ist gut zu wissen wenn die kisten nicht genug platz drin ist mein inventar ist größer als jede kiste die ich hin platzieren kann trotz plant halt die doppelteile verkaufen wir so oder so ich glaube bis da drüben reicht meine ausdauer nicht und doch könnte noch reichen eine kiste jawohl zum abschluss haben wir eine kiste wunderbar noch ein bisschen zeug mit dass die ausdauer noch so hergibt ok das war's mehr geht nicht der menschen ihr habt noch jemanden noch nicht kenn ich habe wieder das pferd rumtropfen gehört benzin aufgebaut was wir haben holz zum auftanken dann platziere ich das mal zur hälfte rein das weiter produzieren kann halbe halbe die zeit reicht dafür zumindest für diese seite für die seite sollte so auch reichen ich will ja keine ausdauer mehr sonst hätte ich das noch ein bisschen ausgesammelt noch eine kiste hergestellt wir platzieren auf jeden fall erstmal das hier rein platzieren was wir jetzt nicht brauchen da geht es schon los wir haben schon die ganzen teile hier ziemlich zusammen perfekt die erste schweifmaschine bräuchte ich noch als zweite hinten dran unsere produktion verdoppeln so was braucht man weniger ausdauer der spitzhacke gott noch weniger außer mit der spitzhacke jesus christ wird immer wieder ein frosch im balz von den ganzen reden und dann baumtreten und ab der aktivität haben wir eine chance von 6 prozent wir tun erstmal gucken dass wir die ausdauer reduzieren ja das ist glaube ich wichtiger erst mal energie steine die haben deutlich mehr dampf und jetzt können die kupferklingen herstellen die drei die wir brauchen für unseren kumpel aber ich möchte auch noch die schneidmaschine herstellen dazu brauche ich auch eine menge stoff warte mal ich wollte noch gucken ob ich noch mal einen zweiten auftrag annehmen kann ich hoffe die gilde ist noch offen ich hoffe die gilde hat noch nicht geschlossen ich weiß ganz genau wenn ich für das wochenende keine aufträge habe haben wir nicht viel zu tun außer zu sammeln ich habe ich eigentlich die ich bin der rank als nicht mehr fragen immerhin schon mal etwas auch keine ehren mehr so nicht annehmen schade 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 okay ich kann sonst keine aufträge immer annehmen das heißt aber trotz alledem wir können hingehen und unsere workshop dann wenigstens über das wochenende soweit aufrüsten dass wir alles haben weil samstag und sonntag gibt es keine aufträge dann können wir werden das mal gucken auf den workshop auf werten so gut wie es geht stelle ich gleich mal die kupferklingen her die ich herstellen kann weil die werde ich alle brauchen dann fangen auch gleich an das hier herzustellen ich brauche steinziegel und kupferklingen was noch nur steinziegel und kupferklingen alles klar steinziegel kann ich mir jetzt genug herstellen sagen wir gleich mal dieses vollen zehn stück hier und hier nur die vollen zehn stück fertig die vollen stück danke so und damit wäre unser gut zu laufen hier möchte ich mir die vollen kupfer drauf damit das auch alles läuft so dann sollte das meine stimme haut ab ich brauche mehr zu trinken die flüchtet so wir haben noch ein bisschen deko kleine ohne die wand hängen also für die heißen sommertage wenn wir die lade kann ich nicht drehen die heißen sommertagen kleiner so ist 261 aus der 287 neben das ist super und dann können wir erst mal schlafen gehen